Hallo zusammen, willkommen zu dem allwöchentlichen Update-Video zu Texturio. Wer es nicht kennt, Texturio ist quasi eine Minecraft-Seite, wo ihr Texturen, Mods, Projekte, Spieler, Server und Fanarts findet. Das Redesign läuft quasi gerade noch im Hintergrund. Da wurde die Woche einiges dran gemacht, aber ist für euch noch nicht so ersichtlich. Da kommen noch ganz viele neue Buttons rein. Da soll nachher noch, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, für Texturen und Shaderson-Übersicht sein, für Soundpacks rein. Dann wird die Mod-Sektion nochmal komplett überarbeitet. Projekte, ja Projekte bleibt Projekte, wie das halt so ist. Als Spieler, da sollte sich bald jeder anmelden können. Quasi jeder, der einen YouTube-Kanal hat oder der Minecraft-Account hat, der kann sich dann quasi hier anmelden und sich so quasi ein eigenes Konto nochmal erstellen, um dann damit nochmal andere Sachen zu machen. Aber ich zeige euch heute mal was Besonderes und zwar bei den Projekten. Dafür muss ich allerdings auf die Dev-Seite, also auf die Entwicklerseite von uns, weil das Projekt Legend ist noch nicht frei verfügbar. Legend ist ein Projekt, was am Ende des Monats startet, wieder mit ganz ganz vielen Spielern. Ich glaube, da können nachher bis zu 800 Leute mitmachen, also irgendwie richtig viele YouTuber und richtig viele Zuschauer, die halt wollen. Sind vier Rassen, dann ist da halt immer eine riesige Schlacht um den Nexus, wo man dann halt besser farben kann. Also ist relativ komplex, die einzelnen Rassen haben auch verschiedene Fähigkeiten. Also es gibt einmal die Elfen, die Menschen, die Zwerge, die Zandaren. Und hier sind dann nochmal die Live-Maps eingebunden, ähnlich wie bei Leben vorher, wo man dann halt sieht, was wo gebaut wurde und wo die Spiele gerade rumlaufen. Hier sieht man jetzt auch eine kleine Übersicht. Also hier unten kommt auf jeden Fall die Live-Map rein von dem Nexus, also von der Schlachtkarte. Oben ist dann immer dieser Timer, wann die nächste Schlacht stattfindet. Wird auch, glaube ich, so wie ich weiß, immer gestreamt von den ganzen Kanälen, die da mitmachen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch mal reinziehen. Vielleicht ist es ja was für mich. Und das sind die vier Rassen, die hier sind. Hier sind nochmal die Gebiete, wo die drin wohnen, die Bauformen und die Fähigkeiten, die die haben. Weil jede Rasse hat andere Fähigkeiten. Dann gibt es auch nochmal Gottheiten, womit man andere Buffs kriegt. Also scheint auf jeden Fall sehr interessant zu sein. Ich hoffe, das funktioniert auch soweit alles. Ist von G-Time ins Leben gerufen worden und ich bin sehr gespannt. Des Weiteren werden die Texturen-Spots ja auch abgearbeitet, weil viele haben sich halt so einen Redstone-Bereich gewünscht oder auch ein Bilder- oder ein Waffenbereich. Jetzt haben wir hier mal so einen Bilderbereich abfotografiert. Das wird dann quasi nach für jedes Textur-Package, muss allerdings noch ein bisschen gerade gemacht werden, automatisch abfotografiert, damit ihr quasi sehen könnt, welche Bilder sich in welchem Textur-Pack befinden. Und ja, das war jetzt soweit von den Texturen-Updates. Hier ist die Facebook-Seite. Wer mal drauf gucken möchte, alles in der Videobeschreibung. Jetzt mal ganz was anderes. Und zwar, wir suchen Entwickler. Wir brauchen Leute, die programmieren können, aber nicht einfach irgendwas programmieren, sondern einen bestimmten Framework und zwar Symphonie. Wer sich mit Symphonie auskennt, der soll einfach mal das Kontaktformular auf Texturio benutzen und der wird dann von uns Bescheid kriegen, weil wir brauchen da auf jeden Fall fähige Leute. Scheint schwer zu sein, wie auch immer, keine Ahnung. Also wenn ihr euch da ein bisschen mit auskennt, benutzt das Kontaktformular. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video von Texturio. Also wenn ihr euch da habt, 不是 euch einfach zu halten.